Na, sieht diese Suppe nicht herrlich cremig aus? Man mag es kaum glauben. Aus diesen Zutaten wird diese wunderbare französische Lauchcremesuppe erfrischend cremig. Dazu Baguette, mehr braucht es nicht. Wie ich diese Suppe erstellt habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Coxto mit Kalle. Herzlich Willkommen. Die Zutaten laufen hier gerade wieder durch. Ihr könnt sie wie immer natürlich unter diesem Video nachlesen. Na, dann legen wir mal los. Als erstes erstellen wir eine kräftige Hühnerbrühe. Ich habe dafür sechs Hähnchenschenkel genommen. Die brauchte ich für ein anderes Rezept. Für die Hühnerbrühe reichte mir eine kleine Stange Lauch. Ich habe den Lauch bei mir im Garten. Für die Brühe legen wir die Hähnchenschenkel in einen großen Topf und füllen diesen mit Wasser auf, bis die Hähnchenschenkel bedeckt sind. Das Wasser wird zum Kochen gebracht und dann dürfen die Hähnchenschenkel erst mal 30 Minuten, wenn das Wasser kocht, leise vor sich hin köcheln. Nach einer halben Stunde werden die Hähnchenschenkel entnommen und die Brühe selber darf dann noch eine Stunde lang vor sich hin köcheln. In der Zwischenzeit wird der Lauch für die Lauchsuppe geschnitten. Bei mir waren es 130 Gramm. 30 Gramm davon habe ich beiseite gelegt. Die kommen später in die Suppe, damit man auch ein bisschen Lauch sieht. Denn die anderen 100 Gramm werden nachher in der Suppe püriert. Dann werden die Kartoffeln geschält und in Würfel geschnitten. Der zerkochte Lauch wird aus der Brühe herausgefischt. Der kommt nachher mit in die Suppe. Dass er zerkocht ist, macht nichts. Die Suppe wird eh püriert. Als nächstes wird Butterschmalz in einem zweiten Topf erhitzt und der Lauch wird darin angeschwitzt. Achtung, für diese Suppe braucht es kein Mehl. Die Bindung kommt später durch die mehlig kochenden Kartoffeln. Der Lauch wird nun mit der Brühe und der Milch abgelöscht. Ebenfalls kommen die Kartoffeln hinzu und jetzt darf alles 20 Minuten bei mäßiger Hitze vor sich hinköcheln. Kurz vor Kochende kommt der Lauch aus der Brühe hinzu und dann kann die Suppe püriert werden. Jetzt noch die Sahne und den beiseit gestellten Lauch in die Suppe rein. Alles noch mal fünf Minuten köcheln lassen und dann ist die Suppe fertig. Jetzt kann angerichtet werden und wie gesagt, Baguette schmeckt am besten dazu. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, gutes Gelingen und lasst es euch schmecken. Weitere Suppen findet ihr hier oben in meiner Playlist Suppen und Soßen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.